Es ist vollbracht. Heute konnte ich bei Flyer Baron in Neunkirchen-Seelscheid meinen neuen Flyer abholen. Und ja, die letzten waren weiß. Und das sind die neuen Flyer. Komplett neues Design. Leicht überarbeitet. Und an einem sehr guten hochwertigen Druck. Und zu den Flyern gibt es diesmal auch Visitenkarten. So sehen 500 Visitenkarten aus. Und das sind die neuen Visitenkarten. Passend zu meinem Projekt. Ebenfalls sehr hochwertig und sehr schön gemacht. Vielen Dank an Flyer Baron aus Neunkirchen-Seelscheid für die Unterstützung, für die Mühe und die Geduld mit mir.